Zehn, drei, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp! Viel zu gut. Nein, die Gesicht. Die Maus. Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit in der Träume glauben. Liebe Freunde von Leuchtturm und Flammen, Herzlich Willkommen hier in Pornemonna. Unser Team freut sich, in der Gartenzeit zu dürfen und eine seiner Träume wird verwirklicht. Leuchtturm und Flammen 2011. Liebe Deine Träume. Liebe Deine Träume. Liebe Deine Träume. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Gäste von Leuchte und Flammen, Mitneiden, Träume auf Eis. Untertitelung des ZDF, 2020